Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Ähm, nein. Was verschiedenes. Dort gehen wir es mal hin. Naja, mal gucken. Wir sind da. Okay. Ok. Vas-y, Brick, dein... Was ist das? wenn ihr nicht hinterher jetzt den Bogen schießt ok doch nicht also gut aber ich bin den Banditeneinführer nicht wegtreiben lassen Silberrüstung 400 Jäger wäre ich hier nicht so jetzt haben wir eigentlich schreckt mich Heilung Eisenschiff wieder rein also das ist der Streitkölm der mir auf den Kopf fallen hätte so Rot Wein Fest das nehmen wir mit Käse Räder nee nee nehmen wir jetzt nicht mit ich habe hier Zeit Wie es aussieht, aber Tomaten Schwul Okay Weiter geht's Keine runter Kohl Tomate Oh, da ist erz Immer hier ihn hier angucken Dietrich Gold Ohne Apfel, naja, der kann nicht schauen Feinde nehmen wir natürlich mit Eisenorder, okay Drei, vier, fünf Ah, die Rucksäcke haben sie hier Ein paar Ah, wenn der eine Silberrüstung hätte Müsste es doch eigentlich hier Silber geben, ne? So Das wie mit dem Familienschwert müssen wir natürlich jetzt nach Armin bringen Hey, yo, du noch Habt ihr euch schon als Ihr habt es gefunden? Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Ne, ich hab hier Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren Notbrot Als das Kaiserreich sich dem Altmeribund ergab Brach der Schande an uns, mein Freund Das war's für heute Das war's für heute